Jetzt sehe ich hier schon so ein paar ganz interessante Lesezeichen. Du hast mir ja versprochen, dass du gerne ein bisschen davon vorlesen wirst. Ja, gern. Freuen wir uns schon drauf. Ich werde den ersten Text lesen. Cortex, dem geht es auch um Jagd. Es war nicht dieser Fuchs auf Nahrungssuche, den wir verfolgten, vor einer Medizinerfakultät entlang der Streifenspur auf dem Asphalt. Vor einer Kneipe blieb er stehen, als wäre er ein Hund und wollte sein Revier markieren. Die Beine zitterten im Vierertakt und drinnen klapperte ein Flipper. Es war nicht diese Art von Kneipen, in der wir Aschenbecher stahlen. Ein Taxi hielt so dicht am Bordstein, besetzt sonst, hätten wir den Fuchs hineingelockt mit einem Lederhandschuh. Und doch, ein Haar blieb hängen und auf dem Rückweg sahen wir in jener Fakultät zwei Männer, Skalpelle waschend und im Gebüsch, ein Katzenjungos schlafen, mit Bissen an der Kehle. Vielen Dank. Mit Bissen an der Kehle. Ja, deine ganzen Werke, es zieht sich eigentlich durch dein ganzes Werk, was du bis jetzt hast und was du noch haben wirst, dass es so ein bisschen schaurig immer ist, so ein bisschen in der Schwebe alles. Und ja, deine Vorbilder, hast du mir erzählt, sind, geht so ein bisschen Edgar Allan Poe, damit fing es an, als Kind schon. Genau, da fing es an. So von den frühen, die Bücher habe ich jetzt gar nicht mehr, Gruselgeschichten für Kinder, dann der logische Fortschritt zu Edgar Allan Poe, wo ich dann sofort ganz fasziniert davon war. Also, zuerst war es dieser Grusel-Effekt ganz einfach, das war nicht die hochliterarischen Ambitionen, die ich da mit neun Jahren hatte, sondern einfach nur, dass es das Unheimlichste war, was ich jemals gelesen habe. Und die Sachen haben mich schon nächtelang wachgehalten.